Also du hast gerade schon erwähnt, das erste Mittel in Anführungsstrichen ist auf jeden Fall die schwarze Johannisbeere. Das ist sozusagen das Notfallmittel, SOS-Mittel, Verstärker aller anderen Gemos, aber auch Verstärker von Tinkturen und vielem anderen. Und diese schwarze Johannisbeere, die hat einfach die Fähigkeit von, vor einer Stunde ging es mir noch richtig gut. Und jetzt auf einmal merke ich so, oh, da zieht sich was zusammen und irgendwie fühlt sich mein Hals komisch, ein Unterkopf brummt. Also von da war ich gesund, jetzt werde ich krank. Wenn ich hier jetzt sofort beginne, das Matzerat der schwarzen Johannisbeere einzunehmen oder mir im Mund zu sprühen, habe ich Chancen weit, 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 weit über 50 Prozent, dass es nach ein paar Stunden wieder gut ist.